hallo leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge raff zusammen mit red wir sind ja hier also gestrandet sind wir ja nicht wirklich sondern geeist ne wir sind geeist ja ist das wasser hier kalt hilfe ist das kalt gibt das hier ein problem ne bestimmt oder vielleicht friert irgendwann mein bildschirm so zu wie minecraft gefriert er zu in minecraft was machst du ja in minecraft gibt es doch diese pulverschnee und da kommt also frost logos bei der rand oder ich war gegen ihn und ich bin runtergefallen hilfe jetzt wirklich absolut nicht wieso kann ich denn nicht wieso ist das so lang und mein gott was ich auch noch abgefuckt hat dass ich das einem einfach angerufen habe an dem einen tag da war ich im schnitt war das samstag also den ganzen tag ja das das hat mich so abgefuckt weil man hat so man hört so laut deine tastatur hast du deine maus gehört das fragt mich auch in den videos ab dass man so laut deine maus und tastatur hört was hast du da eingestellt ja verdammt laut als wäre der mikrofon so genau daran das würde ich nicht so klick machen dann schlägt das auch ich muss mir das mal anschauen aber das gute ist ich habe diese wochenende du musst dir so einiges anschauen ja aber morgen habe ich den ganzen tag zeit dann kann ich ein bisschen da einstellen und generell umstellen und die frage mich also den armen schon ja ja perfekt ich wollte einstellen jetzt mal ein eisbär cool können wir den aufs boot nehmen aufs raft glaube ich oder ne wahrscheinlich nicht hallo mein schwer ist kaputt schaden aber ich habe vorgesorgt oh gott alter habt ihr den arsch erstaunt gibt ja auch fleische zu nehmen oder schade und hier ist eine garage in den garage ich will oh mein gott ist sehr lustig ja ich bin drauf da sind wir nach so ein bild machen warte ich mache ein bild dass du das das haben wir machen kannst aber ich kann meine hotbar nicht ausblenden lassen doch mit an hier geht nicht ja egal scheiß ich hab ein bild machen ja ich habe sogar einen redigen tacho digga der derzeit im roten bereich ich glaube das ist gut weil ich bin wohl durch die falsche seite gefahren wo wirst du denn ja da müssen dann links jetzt ja macht sinn guck guck da ist was da ist ja nichts aber das ist mit 9 wie so ein nasser sagt digga hier ist noch ein schneemobil in der kiste aber ich glaube ich kann besser mit zusammenfahren nee 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 das kommt kurz alter ach man da meins oh ja das steuert sich richtig will hat irgendwas irgendwas war eine tor irgendwas welchen turm digga hier ist ein turm du penner da lenkt doch weil der link der leute und das ist die polar lichter hier kann ich was rausziehen ach lol da ist wirklich muss zwei stromkabel und wir müssen jetzt zu jedem massen da hinten ist noch mal eine und das sind die sind alle bewacht von dem bär habe ich das gefühl aber der kann ja das ding ist du kannst du kannst du jetzt durch kopf bekommen eigentlich von dem ein bär kopf ich glaube ich glaube ich habe jetzt nur leder und fleisch bekommen ich mache jetzt mal getränke auf weil da scheiße ich bin zu doof schade darum dabei wer fährt trinken nicht aber und es noch um massen können wir die mit auch schild nehmen also sehr mega fun ich kann nicht rückwärts ich habe ein neuer Sperrmann ist kaputt also, wir sollen jetzt auch fast wieder kommen was? wir sollen aufhören Bären zu töten ey man nein Hilfe Hilfe Hilfe, ich liege auf der Seite jetzt ich kann mich weg ich bin steck ja, ich kann mich aufstehen und komm wir fahren zu diesen Lichtern yeah Nordpolarlichter Nordpolarlichter ja, ne, Südpolarlichter oh, da oben ist nice boah, alter, nehmen Weifung raus da nein, ich glaube, die Treppe verfehlt ui der steckt fest, alter oh, hier ist ein Tor benötigt eine Lötlampe ich glaube immer noch dass wir dort runter müssen wo wir vorhin, äh, oh gut ich hab mein Ding ins Fest gesetzt Mikey, ich hab nichts zu essen mitgenommen hast du was zu essen für mich? ja, warte, ich hab dir eine Suppe Mann, alter aber eine will ich wieder warte äh äh du sagst mir, du bist noch gesund oder wie? nutzt es noch eins ähm nein, Nanny nicht oh, er haltet die haben sogar scheinwerber Junge ja, ist dir das noch nicht aufgefallen warte, ich komm raus hier irgendwie wir sind zwei neue sogar okay, das ist gut, weil ich bekomme einen doch nicht mehr raus okay aber das ist das gute wir gehen jetzt darunter zu dieser einen eingangs dingens wo wir wo ich gesehen habe und dann ist doch doch das ist gar kein kabel mehr als habe ich du lust ja das sei ja oder die schneeflocken sehen voll geil aus wie billig aus aber trotzdem cool ja gute beschreibung ja ich bin den weg nachgefahren in welchem hier ist auch ein abgrund bist du bei den polar lichtern noch nicht ganz kann die dinge tank schön ich sehe dich dreh dich um oh gott aua alle unten bist du okay ich sehe dich das ist so geil diese fahrzeuge mein gott und jetzt kommen wir legen hier links oder rechts hier ich mach mal donas lambamamborghini digga kommen die gruppe kommt in die gruppe leute alles halten die ab halten die ab und hier ist ein bär tschüss tschüss wo kommt alter wir wollen bestimmt alle kabel du siehst mich nicht aber schnell weg schnell weg ich will 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 weg und hier ist kein dorf ist doch das ist irgendeine space kuppel digga was ist das alter schanz egal space kuppel hallo kurz ja ich verpiss mich mit dem raft ja stimmt jetzt muss ich das regeln hallo fischlein guck mal bitte hier ich will wir sind hat die macht uns nichts aber nicht ich so gut als wir schwimmen einfach dadurch ja ich habe sogar eine tasche lampe mit luft ne ja brauche ich habe ich habe ich habe ich bin alle anderen ende des höhles des höhles scheiße ich dachte was gehört leiter und was liegt hier wo das aber sass kann man die leiter hoch sprinten das ist egal oh mein gott das ist ein loch ich bin da fast wieder reingefallen wir haben fast wieder reingefallen ach wo das war es schon überall notizen und münzen oder ob es die kiste ich glaube ich habe einen neuen dinge zu machen dann neun schwer so macht man kann ich schade was brauchst du was ist das denn hier kann ich drücken auch fehler schade wir müssen code finden dreht sich sogar oben wir müssen ja sag ich ja schade was was brauchst du 2 bei dem pfeil der pfeil ist 2 schau mal hier ein bild an der wand wir haben wir haben solche sachen guck mal der pfeil ist eine 2 wir haben zwei von guck mal drück mal t t das ist das ne hier guck mal dadurch haben wir hier bestimmt die 2 das ist die 2 das heißt wir müssen jetzt hier nach schuldern hier ist der anker hier ist der anker das ist die acht aber die brauchen wir nicht das heißt wir brauchen noch den anderen den anderen wie das licht immer nur angeht wenn man hierher kommen ja ich will runter gucken mal gucken ob wir jetzt noch irgendwas finden man auf dem weg nach unten irgendwo müssen hier noch mehr bilder an der wand sein er was lassen weil er den brauchen wir doch aber gar nicht aber wieso vielleicht müsste wir auch hier gucken die warte hier oben hier oben hier oben sachen hier ist noch eine notiz 28 was denn jetzt jetzt haben wir vier sachen die ente ist die 1 jetzt bestimmt finden jede ente aber wir finden auch die bilder hier alle auf der karte aber ich verstehe nicht was wir für den code eingeben müssen was steht hier nur auf dem bild von der ente das habe ich noch nicht gefunden ja perfekt vom kugelfisch haben wir da was vom boot abgebrochen das muss doch irgendwas mit dem hier zusammen tun vielleicht irgendwie wie diese dicken sterne da richten oder so guck mal ich fände es die leuchten wieso das denn jetzt so große sterne vielleicht ist wie die zähl guck mal das sieht aus in den sechs zum beispiel hier ja so was brauchen wir jetzt noch mal da das ist doch der vogel oder das ist der vogel aber da hat zu dem vogel haben wir da haben wir zu dem vogel bezahlen zum sparen macht das ist das ist das die axt die axt das ist das ne der harte mal da ja genau wie viele sterne sind das 1 2 3 4 5 6 schreibt das lieber auf ja warte ich schreibe es kurz in das wort das ist das dritte symbol sind sechs gerne gut dann kannst du mal noch das floß oder nach einem kugelfisch ausschau halten also ist das nicht das ist ein fisch ein anderes ding was hier oben was leuchten das könnte der kugelfisch sein oder das können tatsächlich der kugelfisch sein der stadt ja das ist der kugelfisch was 23 4 5 6 7 8 9 2 ist gleich 9 ok ja die 1 haben wir ja schon wir brauchen jetzt nur noch das floß haben wir die 1 schon ja der sperr der ist schon beschrieben an der wand ist als ist er die ente das ist los wie wir sind erstellen sind das das sind 4 ok lustig ok die ente jetzt muss die ente und nur noch die ente dann haben wir alles mal gehen einfach ist das die ente würde ich sagen dass das erst am ersten ja wir dann zählen die mal da sind 5 5 ok das heißt es war eine folge wir haben nicht in der wand ist was passiert 6 und 4 scheiße hast die 1 getippt habe ich die 1 getippt 5 9 6 was ist doch ein schrunk wir haben jetzt den neuen stationären anker den wir über den punkt steuern können als ob alle auf 13 verkaufs werden 14 von diesen kabeln irgendwas dass wir doch hier noch machen können ja kann ich ja zum nächsten das ist ja sozusagen abgeschlossen jetzt ok das geht wir haben ja wir haben ja noch so einen tollen gefunden wir können auch unten noch normal rausgehen und so hier jetzt vielleicht finden wir noch mehr sachen ja deswegen war hier bestimmt noch dieser zaun oder so das haben wir zugeschneit wahrscheinlich haben wir so krippen klar aber nur an dir weil du mit deinem auto hier eingefahren bist ich habe gar nichts gemacht ist meins und ja aber ich weiß wo das zweite ist warte mal ich will noch mal zu dem dorf das war cool aus welches dorf alter was ein was hast du heute vor der aufnahme geraucht ja das wollte ich noch mal weg haben aber guck mal jetzt ist hell am tag und jetzt sehen wir mehr hell am tag komm mit fahr mir einfach nach ja fahr ja mann ist das hier richtig rum hier ist das ist davon das ist da vorne beim rauf das hat gescheppert alter auch schützt kann es kaputt gehen nee nee bestimmt nicht ich habe mich festgefahren ich habe mich festgefahren heiße also ich kann du bist nur ja ich habe mich kurz ein bisschen festgefahren aber kein problem ich schlägt gerade ein Eisbein wo bist du ein Eisbein ich sehe dich da rennt er doch hallo oh gott alter komm hier mit oh alter das hat gescheppert ahhhh dieser schrei hier 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 wir wollen da da vorne ist das dorf ah ok natürlich da hinten wollte ich rein aber hier kommen wir doch bestimmt guck mal hier kabel ziehen von dem ding kann ich ein kabel ziehen perfekt aber mann im spiel war es egal ich mache jetzt erstmal die häuser hier auf aber hier ist atom gift müll egal ist hier ein atomerlager von den atomen kraftwerken man weiß es nicht wo bist du ich bin jetzt beim eingang hier hinten wir kommen jetzt zu der heute blut als er geiert wieder ja hallo boah ich habe alles auto kommen wir gar nicht rein ich habe ja weil wir erst ein strom entlegen müssen die haben kein strom mehr die häuser die strom für den fliegen so jetzt kann ich das hier an oh jetzt ist die tür aufgegangen alter jim 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 gefunden geil ach hier muss ich dann ach so und jetzt zieht man weiteres kabel nach dir und zum nächsten haus also muss ich die haben connecten die häuser er kommt mit mir mit einfach so dass denn ich habe ein kinderzimmer gefunden und es zu lange schaden überfordert hier so die leute drin gelebt haben junge ich hatte keine lust gehabt ja du bist auch keiner von den bergen merkt man ja deswegen haben wir die kabel gesammelt ich komme immer noch nicht rein aber jetzt noch mit alter kisten oder kisten junge münzen ich habe immer noch nicht rein bist du dumm oder so irgendwas in dieser hingen detail ist mir noch nicht aufgefallen du machst irgendwas falsch offensichtlich aber das ist doch strom hier aber kann ich in alle rein nur in die wo du so ein ding davor steht ja das wurde der nächste ja guck mal verfolgt doch einfach mal dieses ding was ich gemacht habe dann findest du mich sonst gibt es quasi so ein kabelstrang in eine richtung vom generator aus also ich muss die zuerst noch zum generator verbinden ja wo ist der generator hier kann ich nicht verbinden das zu weit weg das ist nicht der generator das ist ein anderes warte musst du ihn mit dem generator der ist warte das reicht nicht das ist zu lange der generator ist hier unten das heißt wir müssen das von aber warum steht auch ein generator nein das ist nur ein verteiler ach die ich sehe das finde ich sehe das finde ich was ich habe was gesehen wo ist genau wir müssen in den kreis gehen von den häusern guck mir jetzt hier das seil gehen jetzt hier rüber aber ich bin so verrückt hier oben auf dem berg machen das hier dran von hier aus ziehen wir jetzt das nächste kabel und zwar nach hier unten zu den häusern und dann haben alle häuser direkt schon kommen zu mir bitte ja ich bin da jetzt können wir gemeinsam hier die häuser kommen und jetzt haben die alle strombe hallo auch hallo das ist heilsalbe richtig smart ist das ne richtig also sehr viel tun hier die kritik viel heilsalbe auf den ganzen tablets drauf wo ist das ist ein geil ich habe richtig viel heilsalbe cool warte mal auf mich mein guck mal du es ich habe ein geschenk für dich mit gegen hier und die eigene überreist ich brauche eigentlich zu trinken danke und jetzt noch was hier liegen wieder coins unter dem kopfkissen die klauen uns aber ganz gekonnt hier liegen noch mehr ganz gekonnt manchmal das gefühlt ist ja ein bisschen asexial sind wenn du das sagst dann das ist ein großes haus mit treppe da sind supplies oh mein king komm mal hoch lass uns eine solle oh was ist das denn ein bauplan wo können wir da spielen spielen ja ich lade dich auf eine runde billiard ein geil fortgeschrittene biokraftstoff raffinerie digger das ist aber das ding womit wir unseren treibstoff produzieren wenn das weiß ich auch wird dann ist ja perfekt wenn du hast du noch was vergessen na schrott toll oh hier ist ein automaten hier können wir sagen ich sage ich hier aber es gibt nichts so geiles oh was habe ich jetzt gemacht das team könnte es nicht hilfe ich kann sie beschließen so ja hier gibt wirklich nichts geiles lassen wir kann wissen die selben coins die wir auch auf tangaroa nutzen können wir an dem automaten und klavier kauft zum beispiel oh ja okay lass aber jetzt erstmal zurück zu den zu dem tunnel jetzt was ist zu dem atomen möglich ja genau zum atomen können wir erstmal kurz unsere inventare kombinieren ich habe nämlich wieder kein Platz mehr perfekte komm 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 ja okay ich steig auf und esse einfach ah ne warte mal harn halten aber ne kann ich nicht alles wie sie ey wir fahren jetzt hier in die garage store parkiert Alter wie hoch du geflogen bist ja jetzt sage ich hier können wir da rein ja weil wir bekommen halt schaden oh gott das macht wirklich komische geräusche ah und kommt ein display ich habe ja ach mein gottes weißt du noch aber strahlen dafür warst du nicht im zweiten weltkrieg verstrahlt worden das wird alles klar wir brauchen keine einzige doch bauen wenn man nicht da durchgeht egal wir kombinieren sind wir was hast du denn alles so ich habe bolzen ich habe ja warte damit wobei ich kann mit neuen sperr machen okay dann macht die steilbar ja ein effekt jetzt habe ich mir einen gemacht habe ich auch wieder ein paar sachen verbraucht ähm hast du ähm scharniere ja hier gebe ich die scharniere und bolzen hast du glas ja gebe ich dir oh das ist jetzt ein bisschen dumme ich habe die bolzen außerdem genommen ach was kannst du eigentlich glas nämlich so hast du glibber ne hast du leder ja das kannst du mir geben ich habe pilzomelette als rezept das haben wir noch nicht okay fisch eintopf haben wir schon das brauchen wir nicht hast du steine ja gebe ich dir mal ähm leder hast du doch bestimmt auch oder ja jetzt nicht mehr das habe ich dir gegeben achso habe ich schon eingesammelt hast du kupfer oder metallerz ne jetzt habe ich den Müll hier wieder eingesammelt wirst du schon ja hast du irgendwie pfeile ja hier ok perfekt also ich habe jetzt auch noch was zu essen perfekt gut warte so leute bevor wir jetzt hier unsere suites finden falls es überhaupt suites gibt gibt es alter und dann darunter reingehen in diesen atomen würde ich sagen war es das mit dieser folge schaut unbedingt die playlist schaut bei rap vorbei denn da er guckt er guckt er guckt er guckt lasst unbedingt gerne ein like und ein aber da und dann würde ich sagen bis zum nächsten mal leider tschüssi tschüss tschüssi tschüssi tschüssi